Unser Schmuckstück ist in die Jahre gekommen, wie man sieht. Unsere Schützen feiern hier noch, nur dieses Jahr nicht. Viele Vereine kommen gerne hierher, also ich komme auch gerne für Parteiveranstaltungen sehr gerne hierher. Wir haben viele große Hochzeiten hier, also die tödlichen Hochzeiten gucken auch gerne auf die Mitte. Aber ich stelle mir da halt noch was anderes runter vor. Also ich möchte nicht nur das Gebäude und die Substanz erneuern, ja und die Wände und so weiter, das ist alles in Ordnung. Also es ist nicht so, dass ich wirklich antragende Teile benutze, aber das Dach ist marode, Fenster sind unnicht. Wie das so ist, wenn was in die Jahre gekommen ist, aber ich möchte auch inhaltlich ein bisschen die Aussichtung ändern. Ja, also in Workshops in den Jahren aber Firmen herlocken. Wenn es für eine kleinere Belegung sorgt, also für die kleinen Getacktwitterer, dann haben wir auch einen Einnahmen. Dann können wir da was Schönes machen. Deshalb soll es inhaltlich so flexibel sein, dass wir jedes Angeholt erfüllen. Mehr Kultur, mehr moderne Workshops, aber trotzdem für alle unsere Vereine ein gutes Zauber. Eine andere Kommune im Kreise, so ist dann ja auch in derselben Zeit, wir haben das auch zum Beispiel. Die sehen auch ähnlich aus. Sie sehen alle Änderungen aus, wir hatten selbe vom Land geförderten Institutionen. Das war damals die Idealvorstellungen, also macht die Unkommelereien, macht die Unkommelereien, Veranstaltungsworte, weil alle gemeldeten Wähler hatten, und das hat das Land gefördert gefördert. Und nun sind sie da. Sie sind in den Experten. Ich sag mal, wie ist das, ich muss das, ich habe mich sehen, mit freiem Blick. Nach Dach, in Workmark, ja, ist klar, sind wir alle, in Gott muss was gemacht werden. Aber wenn wir es nicht tragen sollen, dann kommt es doch an, dass man jederzeit nur nutzen kann. Das ist auch so etwas wie bei einem professionalisierter Betrieb. Dafür muss man mehr anbieten, als nur einen Raum halten. Darum braucht man sich nicht. Unsere Hausmeister sind richtig gut, wenn es so richtig geht. Also wir können da super helfen, wir wissen, was sie tun. Aber moderne Angebote brauchen da noch mehr, ja, auch bewegliche Wände, die wir haben, um die Räume abzuteilen können. Auch bewegliche Wände sein, um da was draufzuschreiben, um da was zur Seite zu schieben, vielleicht auch mal mit einem Trittglas zu arbeiten, auch in einem offenen Kasten zu sitzen. Da ist ganz viel möglich. Da muss man schauen, was das Budget dann hergibt. Aber manchmal sind es ja auch ganz kleine Stellen drauf. Schon umdenklich. Frage des Konzepts. Ja, ich habe das eben angesprochen, dass es im Jugendbereich ging und auch in der Region. Wir haben früher die alten Schulen gewerbt. Irgendwo ist es eben ehrlich. Und dann brauchen wir die Rampe. Die Fenster zu Seiten, die Tür zu Seiten sind da eben ehrlich. Da kommt man gut rein, aber auch da muss was ertan werden. Und vor allem jetzt schon brauchen wir auch noch ein anderer Zulag. Weil die Treppe, das weiß ich von unseren älteren Genosseln, vor allem das ist schon nicht schön. Man findet dann Wege, in denen sie halt doch durchs Gebäude gehen. Und die Eben-Ehrlichkeit nutzen, aber die Gaststätte selber hat die Treppe. Und das ist, wenn man nicht mehr so schnell auf den Beinen ist, ist das wirklich ein Kraftwerk. Das heißt, es muss auch eine regiere Frage stellen. Ja, definitiv. Und deswegen war meistens noch mal ein bisschen Investitionsbedarf. Das war eigentlich nicht der Quartphase, sondern das ist das Konzept, glaube ich, die Verstattung. Und das ist, wenn das Ganze so überklagt werden muss, das macht man ab. Ja, wir sprechen von Millionen. Also wir kriegen glücklicherweise neue Fordermittel, die werden aber nicht ausreichen. Das heißt, wir müssen erst mal gucken, das Dach ist das dringendste. Das Dach muss gemacht werden, die Plätze müssen wir anfählen. Das ist ein großes Projekt, aber man ist nicht an der zentralen Tag, an der zentralen Stelle. Das ist auch ein bisschen so ein Bürger ausordnen. Wenn ich wieder richtig Bürger auswählen soll, dann ist es da schon ein richtiger Wüscher dort. Von hier aus die Achse, denn da runter bis hin zum Altplatz, ist ein Ensemble. Untertitelung des ZDF für funk, 2017